Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf den Kanal Sando Gaming und heute schreiben wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt. Ein Runde Lego CD Undercover. Ich bin immer noch krank, ich höre mich immer noch dumm an, ich weiß. Let's go! Ich musste hier auch mit ihm noch alles vollen. Hm. So. Hatz. Hatz. Ich werde noch ein bisschen weniger kommentieren hier, also nicht wundern. Hatz. Hatz. Ich werde noch ein bisschen weniger kommentieren hier, also nicht wundern. Geil! Wo komm ich denn jetzt hin? Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runter zu spülen? Da muss ich hin, okay. Okay. Ha! Warte mal, wer hat den Farbwechsel? Ach, geil. Ha! Mann! Okay, also da komme ich irgendwie nicht durch. Ah, okay. Dann kann ich nicht mit... äh... ... ... ... ... ... ... Jetzt mal ehrlich, wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen? Aha, so. Ähm. Okay, Leute, ich kommentiere ein bisschen weniger an, ihr wisst ja warum. Hoffentlich. So. So, ich kommentiere den Ding im Slot. Zack. So, dann mal drehen. Ähm. So. So. Boah, was soll er sein? He, ich habe immer mehr in der Karten. So. Zack. So, ich muss hier weg, wenn ich in die Luft gesprengt werde. Mein Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Okay. Hallo. So, ich komme hier weg. So. So, ich gehe hier rüber, oder was? Geschafft. Okay. So. Gehen wir mal hier hoch. Hallo. Hoch, habe ich gesagt. Nicht runter. Okay, und jetzt? Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Hä? Okay. So. Raben. Achso, ich muss das Ding jetzt da hinschieben, ne? Ja. Okay. So. Dann einmal wegsprengen. So, wie ich das eh mal machen muss. Ach, jetzt muss ich hier durch diesen Lüftungs-Dings oder was? Wo bin ich denn jetzt? Ich finde besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey, Chase! Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen. Kapisch? Ja. Das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut. Füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Hey, meld dich, wenn du da raus bist! Okay, hier ist nichts drin. Hm, da drin war der Smaragd nicht. Bahn. So, da ist so ein Laser-Dings. Au, wa. Okay, so. Okay, so. Da drin auch nicht. Wo muss denn der jetzt hin? Okay, da rüber. So, der letzte. Ach, Leute. Könnt ihr fast glauben, die wollen nicht, dass man den Smaragd mitgehen lässt. Okay. Warum sind hier eigentlich so viele Dinger, ey, meld? Ich will hier gar nicht wieder irgend so'n Ding bauen. Okay. Ach so, wenn das grün leuchtet oder was. Ich will. Okay. Okay. Ja, da ist er doch. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit Unentdecktbleiben. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Ja. Also, das entbeert ja jeder würde. So. Oh. 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 Was soll das jetzt sein? Hm, eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Au, ii, oder was? Ja, auf jeden Fall. Okay, der muss wohin? Okay. So. Ich baue jetzt hier einfach mal alles ab. Okay, irgendwie muss ich jetzt da rein. Ich baue jetzt rein. So. Aha, hier oben ist was. Gut, da komme ich aber nicht hoch. Da komme ich nicht rein. Hä, wie komme ich denn jetzt da hin? Mhm, 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 mhm. Ich muss irgendwie, glaube ich, durch diese Tür. Da finden wir Steine. Ich habe keine Steine, Schlaubehre. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Oder habe ich genug Steine? Nee, ich brauche 30.000 Euro. Die habe ich nicht. Aha, hier ist irgendwas. Okay. V, I, 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 ne? V, I, 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 ne? V, I, I, ne? Und dann nochmal I, 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 I. Naja, nochmal. Mache ich hier auch nochmal I, I, I? Und das? Nee. warte mal die sind ja blau das ist grüne grün und blau grün muss v und ii genau v und ii und blau muss und das rote x oder cx ja da ist ein schlüssel in den schüssel hallo jetzt ok leute ich würde aber auch erst mal sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne leiten abo und kommentarer schaut aus dem auch mal im disco vorbei das unten in der videoschall verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ab und dran auf den tag haut rein